Willkommen zur zweiten Folge von Guardians of the Galaxy The Telltale Series und ohne viel zu labern fangen wir jetzt mit Folge 2 an aus Episode 1. Hier sind wir letztes mal stehen geblieben als wir den Fahrstuhl runter gefahren sind wenn es mal anfangen würde Pfeifen, langsamer Ausdruck Endlich Oh was ist das denn Der Wiffe bezahlen Wann? Willkommen? Ich werde so viel von dir erwarten. Wenn ich das habe, werde ich durch die Galaxie rollen wie eine große Gewalt schlöxende die Kampel des Inhabitants und die Zivilisationen des ganzen Planeten wo ich gemelte. Oh, lass mich wirklich. Es ist eine superwelle Angelegenheit oder was. Die Eternity-Forge. Nimm es! Warum hast du dich mit so pathetischen Kreaturen verbunden? Ich war niemals deine Tochter. Dann wirst du ein Gegner sterben. Das wird nicht passieren. Deine Aktionen sind fütil. Thanos wird sich daran erinnern. Hui. Warum geht er denn nur auf mich? Nein. Das ist für meine Frau und Frau. Nein. Du warst immer der ungratetvolle. Du bist richtig. Danke für mich trainieren, um zu töten. Ich werde es in guter Use geben. Ui. Endlich viel Interaktion hier. Du bist richtig. Hey, schau! Ich bin eine Distraktion! So. Ausgewichen. Jawoll. Oh. 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 Das tut weh. Zack. Kuh. Kuh. Runter. Links. Links. Ui. Racket. 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 Ich habe alles aus mir genommen. Ich habe deine Schwierigkeiten entfernt. Ich habe dir das Ziel. Hoch. Schiff. Und E. Oh. Cool. 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 Jeden kann mich töten, Vermin! Ja, 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 ja. Ui! Werfen? Uh, Aua! E! Ouch! E! Q! 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 Also langsam! Sollte es jetzt mal vorbei sein! J du fast teraz arend~! Japp! B değil, es g협 areas y proveurde! A 실 parelti arahenti vastan... Bam! So. Okay, das sah doch mal gut aus. Wie ist das? Wir haben Thanos besiegt. Ach du Scheiße. Hm. Die sind auch alle unfassbar. Ach was? Sind auch alle... Sehr... Wir können das alle nicht fassen. Keine Chance. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Aber... Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wir sind tot. Ich bin Drood. So. Und was ist jetzt dieses Ding? Ein Relikt. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wenn du wie gut bist. Nein. Er ist tot. Betrug den Geben. Es hat aber doch gesagt. Wir sind glücklich. Der größte Terror der Galaxie ist noch gejagt, Er ist nichts mehr. Er ist tot. Ich bin tot. Ich denke. Ich habe nie gedacht... Das ist dielu think. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, wir gucken mal, was das Relikt kann oder wofür das da ist. Nowhere. Eine Bar. Ist das ein Becher? Eine Runde für mich alleine. Eine Runde aufs Haus. Eine Runde aufs Haus. Eine Runde aufs Haus. Ich glaube nicht. Eine Runde aufs Haus. Eine Runde aufs Haus. Eine Runde aufs Haus. Eine Runde aufs Haus. Ja, du hast eine gute Frage. Ich bin nicht entschuldigung für das. Du musst sagen, wir sind nicht die größte Gruppe der Freunde. Ja, du hast eine Runde aufs Haus. Ja, du hast eine Runde aufs Haus. Das stimmt. Hm, was macht er jetzt? Oh. Peter Quill! Ich flaue, mach mal langsam. Das stimmt. Das stimmt. Dann stoßen wir auf sie an. Das stimmt. Dann trinken wir für sie. Ich weiß, wie viel das dir bedeutet. Jetzt kann ich meine Familie in der Nachwuchs sein. Oh. 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 Bei dem trifft man immer die falschen Entscheidungen. Der ist richtig unberechenbar. Der. Drex. Der Redemption ist voll. Ich bin Groot. Groot ist total richtig. Er sagte, Peter hat Thanos zu töten. Jetzt bist du, großer Typ. Der ist ziemlich von mit diesem Hör. Alleralsch. illustrativ. Ich habe wirklich meine Revenhung. Ich sah dich nicht auf das Gericht zwei Mal heim. Meine Hand sind auch stark. Natürlich hast du, Drex. Du hast den Mann, der deine Familie töten. Das ist die Definition von Revenhung. Ja. Danke, Peter. Drex wird sich daran erinnern. Hey Rocket. Also, wie ich sagte, habe ich dieses brillante, schönes Stück von Maschinerie mit meinen eigenen zwei Händen gebaut. Ich kann das nicht übertreiben, du kannst verglich reden, dass ich ein guter Schütze bin. Ich hätte das nicht besser ausdrücken können. Ja, Rocket ist schon ein ungewöhnlicher, einzigartiger Partner. Naja. Du kannst nicht einfach gehen. Du kannst uns nicht verlassen, Mann. Wir müssen die Band zusammenbleiben. Oh, die Leute werden gut. Plus, es gibt noch mehr von meinen Furs, in der Drain. Jeder gewinnt. Ich meine, schau mal alles, was wir geschafft haben. Thanos ist tot, die Galaxie ist gehalten. Unsere Arbeit ist fertig. Vielleicht ist es Zeit, dass wir unsere separatee Weg gehen. Hey, Driftbaker. Ich habe zwei Hände und eine von ihnen ist leer. Ich werde deine Hilfe brauchen, Groot. Wir können nicht die Guardians auf der Galaxie verlassen. Ich bin Groot. ular. Ich weiß nicht. Ich bin so schnell. Ich bin себе gellert. Ich bin so schnell in der Galaxie verlassen. Das war's für heute. Thanos ist all kinds of dead. Ja. Ich weiß. Es war ein... komplizierter Tag. Wie geht's ein Refill? Warum nicht? Auf mein Weg. You disrespectful human. You disrespectful man. Ah, Mann, ich... Weißt du was? Sorry about that. Ich schaute nicht, wo ich ging. Und... Ich bin trinkt. Schau deine Schritte, Star-Lord. Ich glaube nicht, dass jeder Fan ist. Zumindest habe ich das nicht geschafft, zu drehen. Mein Heroin. Ich versuche es. Denn, das war ein Motorrad. Thanos murderiert Ihre Leute. Ich denke, dass du... besser bist als er aus dem linken. Er war ein Monster, ja. Aber er war auch meine Familie. Ich kann nichts verstehen. Komm mal, Verg знакer Thanos. Er ist tot. Du bist nicht. So wollte ich das jetzt aber nicht sagen, so ist egal, dass er tot ist, da hat er jetzt auch was Falsches gemacht. Ich hab sie gesagt. Wir beide Namen Thanos, Vater. Er hat uns geholfen, um zu kämpfen, um zu prüfen, um zu prüfen, was er zu sein, dass er seine Daughter ist. Ich gewinnen. Wir konnten nicht stoppen bis es da Blut auf dem Boden war. Das ist verletzt. Ja, es ist. Aber Nebula glaubte, dass es normal war. Wir sind, um zu kämpfen, um zu kämpfen, um zu kämpfen. Neb mich schlug, während ich schlau, weil ich gewinnen. Er hat sich, wie sie reagiert, wenn sie herausfinden, dass wir Thanos töten. Sie liebt ihn, ich denke. In ihrer eigenen Weise. Es wird ein bisschen Zeit genommen. Aber sie wird euch verabschieden. Ich denke, dass ich eine Skarte matchkartei habe, um zu gehen mit dieser Zerbaut. Es gibt eine kleine Partie von mir, die möchte wiedersehen. Aber wenn sie herausfinden, was wir gemacht haben, wird sie nicht verlassen. Sie wird uns alle unterteilen und töten uns. Du wirst nicht wissen, Nebula. Erinnern Sie mich, aber angrieren. Und mit Cybernetik. Wie du gesagt hast, sie ist deine Freundin. Vertraue mir, eine Familie ist wertvoll zu kämpfen. Ich werde sie versuchen, sie zu nennen. Nach ein paar mehr von diesen. Zweie Familie. Zweie Familie. Auf die Freundschaft, auf die Gefallenen, auf die Familie. Auf die Familie. The weirdest looking one in the galaxy. No, we should toast to the dead. May they be avenged. I am fruit. To friendship? How boring. Very well to dead friends. To dead friends. Well, we haven't killed each other yet. Nice work, Peter. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch. Ich warte nur noch darauf, dass es speichert oder so. Anscheinend nicht. Hey. There you are. Stopp. Okay. Dann. Beenden wir hier das Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Going for todays findet